So Leute, nur dass sich keiner wundert, das ist ein Fortnite Video, weil das noch fertig geschnitten war und ich es einfach zu nice finde, um es nicht hochzuladen. Deswegen nicht wundern, dass es ein Fortnite Video ist mit Kamu zusammen, es war richtig, richtig cool, es waren zwei richtig nice Runden in einem richtig nice Stream. Ihr seht auch hier an diesen ganzen Dosen, ich habe heute auch 10 Stunden Black Ops gestreamt. Jetzt ist der Stream schon wieder online, Link ist in der Videobeschreibung, also checkt einfach die Beschreibung ab und klickt da drauf, dann kommt die direkt zum Livestream. Da geht es jetzt nämlich weiter, aber jetzt trotzdem viel Spaß mit diesem Fortnite Video, es sind zwei richtig coole Runden gewesen, viel Spaß damit, let's go. Ja, na klar. Ich glaube, ich gehe Main. Kurzzeit kommt Riverdale raus für uns. Ach, Riverdale. Gott, Alter, wie so zwei aufkriegte Girls. Morgen? Ja, er hat Nasenbluten, Digga. Vielleicht kriege ich ihn sogar. Wow, mit RPG ist das denn ernst? sorry leute wow digger er kommt runter wow ich kann nicht bauen alles klar oh mein gott digger ich habe sie so gedoppelt unseres one shot sein vater ja hab ihn ja leute letztendlich ich kann es schon verstehen dass man also das erste mal sich zu zeigen ist schon ein schritt das war bei mir auch so also ich war zwar schon bei 1000 abos das hat aber auch bei mir ein halbes jahr gedauert das ist ja das lustige also das ist ja ein bisschen andere gegebenheiten das heißt vom gefühl her war es wahrscheinlich ähnlich aber es ist schon schwierig aber das ist halt ein krasser moment wenn man es dann geschafft hat und die leute nehmen einen halt immer positiv auf und vor allem wenn ihr irgendwann mal liam seht wer hätte auch sehen dass er absolut aussieht wie ein ja wie soll ich das sagen also dass er sich jetzt nicht er versteckt sich auf jeden fall nicht weil er irgendwie scheiße aussieht oder so du wolltest nicht sagen dass ich gut aussehen ja nein ich wollte nicht sagen nein es ist halt schwierig das richtige zu sagen weil erstens erstens no homo und zweitens so geil bist du jetzt auch nicht das ist halt so ein shit aber er macht mir einfach damage die ganze zeit unseres den habe ich zweimal getroffen der andere kommt auch zu dir ich habe wirklich damage bekommen ich bin dran ich muss richtig aufpassen ich kann mich noch nicht heilen hier unten ist noch ein wow digga er hat mich fast einen sehe ich den jet digga ich habe einen habe ich natürlich noch mal gehilt das dinge weiß nicht wo der andere ist der andere ist hier irgendwie unten bei uns nichts bin ich ich sehe abert hoch nice ich habe einen jump pad hast du pushen warte wo ist das jump pad ja da mal noch da unten beim bild halt ich versuche mit grenadelauncher zu holen ich habe jetzt das medien nicht genommen scheiß drauf ja egal auch so brauchen wir nicht nein sie töten ihn glaube ich nein sie haben ihn geholt ja schwächer einen habe ich ach zwar der letzte oh mein Gott oh megaloll ggs freunde ach priceless man du machst mich verlegen ja man haut schon wieder fünf subs raus das kann ja wohl nicht wahr sein mensch 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 ich glaube für ihn ist das einfach alles priceless kranker witz ja man kamo hat heute wieder einen clown gefressen aufgefressen wo gehst du hin hier oh digga du bist hier gar nicht ich habe angst ja doch ich bin ein lazy ich bin auf dem dach ich habe doch angst kennst du das wenn man als kind geweint hat da hat man immer er konnte immer erst gar nicht weint das war erst einmal blockiert das war so ein schockmoment kennst du das ne das war echt scheiße man deswegen habe ich auch in so frühen jahren schon zu den drogen gegriffen ach du bist los ach es tut mir leid bruder nein ach mann wo ist er? ach falle? ja falle bin mir eigentlich ziemlich sicher dass ich hier hinten noch einen genockt hatte irgendwo kennst du euch den glitch wenn man komm mal her wenn du hier runter guckst und hier so durchläufst warte 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 also du musst hier runter gucken das habe ich neulich gesehen so und dann links um die ecke laufen hier so lauf mal durch ach digga du willst du verarschen mann ich weiß doch dass du dein chef ist ich dachte gerade echt da kommt irgendwas mann es wäre so schön gewesen das wäre fort nach deutschland gekommen digga ich habe nicht gehört wie er reingekommen ist stehst du mal ab ich habe so gut geältet als ob ich bei skirmishment spiele digga okay er ist oben er hat mich hart gehittet er kommt runter hab ihn oh nice hu 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 ah der ist komplett lost warte das nimmt jacqueline aber das todes warte mal warte das ist meiner so war hit 100 das war gar nicht jacqueline das war rihanna ja boah ich habe mich so noch drauf geschwungen 60 fps cap auf konsole beste ich schwöre bei gott dass fortland 45 fps hat auf konsole ich schwöre sogar auf aldi freunde nein doch dann musstest du ja echt ernst meinen bei aldi muss ich los zu aldi musst du los digga bist du so ein typ der so in der weihnachtszeit auch mal schlemmt ach scheiße äh bist du einer der so marzipan mag nein locker magst du es nicht also duhst du es gerade aus dem chat vor oder fragst du mich das ne ne das frage ich dich wirklich marzipan bei mir ist so ich kann so bisschen essen aber wenn ich zu viel esse wird mir schlecht davon aber ich finde es eigentlich okay also ich kann es essen und es schmeckt mir auch dann ich habe ein medie und ich habe eine scari nice ne hois und ein slurper digga der gehört aber leider marcel zu dem scapchen naja das können wir oh warte ich höre ich vernehme ein ich vernehme einen äh gegner bei mir der aber gerade sehr sehr lost aussieht warte 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 wo ist das nein holi nicht obwohl der ist gar nicht so lost wow witz wir gehen hinterher ne er ist hier unten ich liebe es wenn man das verfolgt es macht so spaß er denkt so er kommt weg aber eigentlich sind wir direkt auf seinem scheiße hart oh sind teammates ja auch hier unten oh golden 94 die hatten beide eine golden 94 ehrenmänner ja hast du irgendwas mit äh explodierendes dabei hast du irgendwas ich möchte habe ich solche lags digga das ist nicht mehr normal hast du irgendwas mit äh explodierendes dabei ich habe rockets hier gedroppt oh er ist one hitter der teammate ist auch one hit teammate ist komplett one hit er holt den dir wo ist er denn er ist hier hier unten er ist lost das war so bait and switch digga er hat so auf dich geguckt und wurde so eliminiert kennst du den kill aber auch wirklich verdient hast oh hier ist noch ein gegner der ist komplett lost wow ok 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 digga das hat mich ernsthaft gehütet ich war nicht mehr in mir von dem schein nach dem lake glaube ich naja hier unten im Norden oh ich habe neun grenades ich freue mich schon soll ich dir ein bisschen gl action geben oder was da kommt ne lenkkakete von der seite oh der kriegt so ja digga ja digga ja digga ja digga ja digga wow hab ihn das ist los von der armor die lenkkakete kommt oh nein weh die sind scheiße holt mich jetzt wow war das close egal er kann aber ordentlich aufhören we coming for you boy er hat 2 hits der heult richtig ja die sind anders schlecht aber er wird mich jetzt glaube ich wohl, ne ich hab ihn das beide? ne ne der muss unten drin nein 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 bitte nicht oh die falle wird mich vielleicht finishen ich weiß nicht ob ich hier hoch, oh ich bin hochgekommen, oh gott sei dank oh gott digga pass auf, ach du hast dich schon kaputt gemacht digga hör mal auf mein herz digga hör mal auf digga oh mein gott und auch wo wir hergekommen sind glaube ich ja hier oben auf der ramp wird abgebaut er hat sich oben gehalten weil ich hab ihn hat er irgendwas dabei gehabt? ne auch nur bandas oh gott digga nicht jetzt hier falsch halten das war der unbefriedigendste win aller zeiten digga das war der unbefriedigendste win aller zeiten digga vor allem einfach ohne musik einfach so ein leiser kam bei dir auch keine musik? ne einfach so digga das wird real einfach so aufgeploppt ohne musik ohne nichts das war das war glaube ich der wirklich langweiligste die langweiligste win animation von jau was geht